Die freuwillige Feuerwehr. Die freuwillige Feuerwehr. Das war's. Achtung, Wortspielhülle, das habe ich mir noch graus daneben geschrien, tatsächlich. Und sie zeigen eben gleich einen Partyzirkus der freuwilligen Feuerwehr der Gemeinde Berlin Feierfrei. Die kündigen sich selbst mit einem Zitat von Harper Kerkeling an. Da wird gesagt, das ganze Leben ist ein Zoo und wir sind nur die Arten. Und mit diesem Motto gehen sie jetzt hier auch an den Start. Als ich das Line-Up gelesen habe, wer jetzt da doch eigentlich Musik macht, dachte ich zuerst eigentlich, das sind einfach besondere Gerichte in einem Restaurant. Knicky und Kröte, leckerer Toast Hawaii und starker August. Nein, das sind keine Berlinerspezialitäten, jedenfalls nichts zum Essen, sondern das sind Musiker und Musikerinnen, die ordentlich Party machen. Sie haben auf jeden Fall auch ein altes Feuerwehrauto dabei, das sie nochmal ein bisschen aufgepeppt haben. Mit, ich sehe sehr viele Glitzerlichter, Gold, noch einen guten Aufbau da oben drauf. Tatsächlich auch eine Fahrradrikscher wieder als Vorhut. Und die obligatorischen Einhorn-Luftballons sind auch dabei. Joe ist Hawaii. Das Thema in diesem Jahr, für sie ist ja der erste Karneval der Kulturen jetzt, soll sein Zirkus und Party und als rollende Party-Stage, glaube ich, haben sie das selbstgewählte Motto ganz gut eingefangen. Das ist ja der erste Karneval der Kulturen. Aber das ist ja der erste Karneval. Get infrastruktur. Okay, und Shanann hat sich jetzt nochmal ins Publikum gemischt an der Strecke und hat uns einen Interviewgast aus der Menge hier herausgefischt. Okay, aber bevor wir das machen, gucken wir uns noch ein bisschen den Wagen an und dieses lustige, feierwütige Party-Folk. Die vollmütige Feuerwehr. Mit Pyrotechnik? Ich wollte eigentlich sagen, früher war mehr Lametta, aber das stimmt ja gar nicht. Und Seifenblasen, da sind sie, Seifenblasen. Ich werde dir immer schräg angeschaut, wenn ich Seifenblasen mache, aber die lassen sich nicht lümpfen. Ich werde dir immer schräg angeschaut. Mein Motto ist übrigens, im Menschenbild ist Sensation. Ja, Tattoo Tatari feiern wir uns da. Ich glaube, da wird heute noch Hochparty gemacht. Auch wenn sie am Hermannplatz angekommen sind. Ich habe es ein bisschen abgesehen auf das Einhorn, also auf den Einhorn-Ballon, der da rumfliegt. Und ich finde, das Einzige, was man wirklich noch nehmen kann, um einfach unsere wirklich hübsche Soundbooth hier noch angenehmer zu machen. Und jetzt, wie vorhin schon angekündigt, gehen wir rüber zu Shine und ins Publikum. Björn Pferd